Musik Am Freitag liegen weiterhin feucht-warme Luftmaßen über Deutschland. In Verbindung mit einer aufkommenden Kaltfront muss mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, die regional unwetterartig ausfallen können. Aufgrund dessen gibt es zum heutigen Tag ein Infoclip mit zahlreichen Details. Bereits in den Morgenstunden des Freitags gibt es regional erste Schauer und Gewitter, die besonders im Nordwesten Deutschlands kräftig ausfallen können. Erst zur zweiten Tageshälfte ändert sich der Schwerpunkt und liegt dann im Südwesten Deutschlands. Auch hier kann es kräftige Gewitter mit kleinem Hagel, Platzregen und stärkeren Windböen geben. Den Höhepunkt der Gewitterlage erwarten wir voraussichtlich am späten Freitagnachmittag. In einem Streifen von der Eifel über den Westerwald bis hin zum Roter Gebirge können sich dann teils schwere Gewitter bilden. Hier kann es Hagel, Platzregen und Sturmböen geben. Im Laufe des Abends ziehen die Schauer und Gewitter allmählich nach Nordosten hin ab oder lösen sich auf. Aufpassen sollte man dann allerdings noch im Alpenraum. Hier kann es nämlich noch örtlich schwere Gewitter mit Hagel, Platzregen und starken Windböen geben. Hier linha mit einmal die Schänderungen von der Eifel G riff auf und Municipal aufpassen. Vielen Dank.